Barbie und ihren Schwestern steht ein aufregendes Abenteuer bevor. Sie kehren in ihre Geburtsstadt Willow zurück, um ihre Großmutter zu besuchen, aber auch, um alte Freunde wiederzusehen. Sind wir bald da? Ich habe dieses Puzzle schon zweimal gelöst. Vorwärts und rückwärts. Zum letzten Mal, Scherzi, wir sind... Wir sind fast angekommen. Was sagt man dazu? Barbie, Skipper, Stacey und Chelsea erreichen mit ihrem pinken Van nach langer Fahrt von Malibu die Stadt Willow. Wir werden bestimmt eine super Zeit hier in Willows verbringen. Yeah! Ja. Ich habe eine Spaßliste gemacht, um so viel wie möglich aus dem zweiwöchigen Besuch auszuholen. Wow, das sieht echt nach viel Spaß aus. Route wird neu berechnet. Schon wieder. Barbie, dem Navi zufolge hätten wir gerade abbiegen sollen. Da hinten geht's zu Omas Haus. Skipper, ich brauche kein Navi. Ich kenne mich hier in Willows genauso gut aus wie zu Hause in Malibu. Das ist er, Leute! Der erste Baum! Der erste Baum überhaupt? Der erste Weidenbaum in Willows. Die Gründungsväter der Stadt brachten einen Weidenzweig mit. All die anderen Weiden hier stammen von ihm ab. Du weißt eine Menge über Willows. Und Zweige! Das habe ich alles gelernt, als ich hier Stadtführerin war. Wenn Sie nach links schauen, sehen Sie den Marktplatz. Route wird neu berechnet. Route wird neu berechnet. Oh, da ist McKinleys Eisdiele, wo ich neun Monate in Folge Nachwuchsmitarbeiterin des Monats war. Der Glockenturm, da war ich Junior-Glockenläuterin. Und da drüben ist das Rathaus. Lass mich raten, da drin hast du auch gearbeitet? Sie war mit vier schon Mini-Bürgermeisterin. Ich hatte nur zeremonielle Aufgaben. Außer einmal, als ich Pferdeschwänze zur offiziellen Frisur erklärte. Werden wir die ganzen Ferien auf der Barbie-Erinnerungstour verbringen? Der Spielplatz! Da gibt's das coolste und größte Piratenschiff. Stacey dachte, es wäre ein echtes Piratenschiff. Ist ja schon gut, Skipper. Ich war vier. Uh, da ist eine Parkbank! Was denn? Ich hab gedacht, wir zählen einfach Sachen auf. Erinnerst du dich an gar nichts in Willows? Chelsea war noch ein Baby, als wir nach Mary-Lou gezogen sind. Ich werde mich schon an irgendwas erinnern. Das Willow-Fest! Das Willow-Fest! Auf dem Jahrmarkt von Willow arbeiten die beiden Ganoven Marty und Joe, die ein bisschen wie dick und doof aussehen. Marty ist ein furchtbarer Tölpel und Joe spielt sich gern als der große Boss auf. Wo sind wir nochmal, Joe? Wisconsin. Oh, ja, naja, es fängt nach einer Weile an, überall gleich auszusehen. Alles, was wir tun, ist aufbauen. Abbauen, aufbauen, abbauen. Keine Sorge, Mart. Das wird sich schon bald ändern.